Wie klingt dein Tag? Das Blogger- und Podcaster-Projekt. Guten Morgen, danke. Wir kommen mit CE nach Berlin. Wir wünschen Ihnen eine Reise. Morgen, ich sage Ihnen, willkommen am Porte ICE-2-Birden. Wir wünschen eine Pleasant-Journey. Wir wünschen Ihnen eine Reise. Das war's für heute. Was wir dann irgendwie verhalten und die überbordene Freude will mir jetzt nicht so sehr aus dem... Also benutze ich dieses schönen Konzept des Verfassungspatriotismus, in dem ich total stolz auf unser Grundgesetz bin und die Werte, die dann verankert sind und jedes Mal, wenn ich irgendwie für die Nationalmannschaft schreie, auch ein bisschen an das Grundgesetz denke.